Martin Sellmeier, wir haben dieses Gespräch heute unter anderen Bedingungen geführt, weil wir eben hier im Saal kein Publikum haben aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Sie sind bereit, einige Fragen unserer Besucherinnen und Besucher, die sonst hier sind, zu beantworten, die uns via E-Mail und via Facebook und anderer Social-Media-Kanäle erreicht haben und ich möchte Ihnen einige Fragen hier nun auch stellvertretend stellen. Woran liegt es, dass die EU in Krisen nicht als kraftvolle, schnell agierende und reagierende Organisation erscheint und immer als Ausrede ihre Organisationsstruktur ins Treffen führt. Strukturen kann man ja ändern oder verbessern, das wäre doch sehr rasch möglich und notwendig. Und die Frage ist erstmal, wer ist die EU? Die EU ist nicht ein fremdes Wesen, das in Brüssel und Straßburg seinen Sitz hat und die EU sind alle Mitgliedstaaten gemeinsam. Das heißt, wenn man in einer Krisensituation ist, dann müssen sich eigentlich alle zusammensetzen und gemeinsam handeln, dann würde die EU stark nach außen wahrgenommen. Das passiert aber in einer existenziellen Krise, wie wir sie zurzeit in der Corona-Pandemie haben, nicht automatisch, sondern viele haben sich erstmal national eingeigelt, weil sie verständlicherweise Angst haben, weil alle nationalen Regierungen mit dieser Jahrhundert-Pandemie überfordert waren. Und erst jetzt in der zweiten Phase der Krise sehen wir, dass sich alle Staats- und Regierungschefs, alle Minister, alle Kommissare regelmäßig zwei-, dreimal pro Woche zusammensetzen, jetzt virtuell über Videokonferenzen gemeinsame Maßnahmenkataloge erarbeiten und das in Windeseile machen. Das heißt, der erste Reflex in einer solchen Krise zu sagen, Europa funktioniert nicht, da sind wir Europäer sehr stark, aber in Wirklichkeit funktioniert Europa schon ganz gut. Es wird nämlich viel miteinander gearbeitet, viel miteinander auch diskutiert und über den richtigen Weg gestritten. Das ist auch wichtig in Europa. Wir sind keine Diktatur. In China ist das einfacher. Da kann man einfach sagen, jetzt wird eine ganze Region abgeschlossen und dann bleibt sie für drei Monate lang von der Außenwelt abgestritten. Wir in Europa sind eine Demokratie, ein Rechtsstaat. Da wird über den rechten Weg gestritten und darauf sollten wir stolz sein und das nicht auch noch in Frage stellen. Wieso weiß die Kommission immer dann, wenn man vom Versagen der EU redet, nicht viel nachdrücklicher darauf hin, dass ihr zwar in manchen Bereichen vertraglich die Hände gebunden sind, dass sie aber andererseits in der so ausschlaggebenden Frage der Beschaffung von Schutzmaterial schon Ende Januar Hilfe angeboten hat. Und auf das haben die Regierungen dann großzügig verzichtet. Die Schreiberin oder der Schreiber dieser Frage fügt dann emotional an, ich könnte die Wände hochgehen, wenn ich aus dem Munde von Sebastian Kurz höre, dass die EU sich eine kritische Diskussion wird gefallen lassen müssen. Wir alle müssen uns eine kritische Diskussion nach der Corona-Pandemie gefallen lassen. In keinem Staat der Welt, in keiner Region der Welt ist alles perfekt gelaufen, sondern natürlich wurden überall Fehler gemacht. Aber das ist auch normal in einer Jahrhundert-Pandemie, die von niemand auf der Welt, auch von der Weltgesundheitsorganisation so nicht vorhergesehen worden ist. Wir müssen doch auch noch eins klar sehen. Augenblicklich sterben im Norden Italien, in Spanien und in Frankreich und in vielen anderen Orten der Welt Menschen an dieser Corona, an diesem Corona-Virus. Und da geht es jetzt nicht darum, wer hat Recht. Die Europäische Kommission sitzt nicht jetzt jeden Tag da und sagt, wie kann ich den Regierungschef, den Minister korrigieren, der das und das falsch gemacht hat, sondern wir überlegen augenlich, wie kriegen wir mit unseren begrenzten Ressourcen Hilfe so schnell an den richtigen Ort. Wie repatriieren wir EU-Bürger, die in Drittstaaten gestrandet sind? Wie bringen wir Schutzmasken, Beatmungsgeräte so schnell wie möglich vom Weltmarkt an die zuständigen Mitgliedstaaten, die sie auch wirklich am meisten brauchen? Das ist unsere wichtige Zahrausform. Wer gerecht gehabt hat am Ende, wer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt gemacht hat, das sollten wir nach der Krise bewerten. Und dann bin ich mir ganz sicher, werden alle feststellen, dass sie dann das tun, was man jetzt in Corona-Zeiten nicht machen sollte, sich nämlich an die eigene Nase zu fassen. Herr Sellmeyer, ist es richtig, dass Österreich mehrfach eine gemeinsame Beschaffung von Schutzausrüstung und Medizintechnik schon im Jänner abgelehnt hat? Also ich glaube, alle Gesundheitsminister der EU-Mitgliedstaaten kannten dieses Verfahren, das noch nie in diesem Maße durchgeführt worden ist, so richtig. Es gibt es ja auch erst seit der Schweinegrippe im Jahr 2009-2010. Das ist jetzt erstmals getestet worden und ich habe Verständnis für jeden Gesundheitsminister, der sagt, da mögen meine Experten dabei gesessen haben, aber ich wusste nichts davon. Das sollte man aber jetzt nicht als Anlass nehmen, jetzt sich gegenseitig Schuld zuzuschieben, sondern sagen, wie schaffen wir es so schnell wie möglich, unsere gemeinsame Macht als Europa einzusetzen, um Beatmungsgeräte, die so dringend gebraucht werden, um Schutzmachten, die wir in ganz Europa in den kommenden Wochen und Monaten brauchen werden, auch wenn wir den Ausstieg aus der jetzigen Sondersituation wagen werden, dass wir das so schnell wie möglich vorantreiben. Und da kann jeder Mitgliedstaat etwas tun. Jeder Mitgliedstaat kann sagen, ich melde schneller meinen Bedarf nach Brüssel. Ich unterschreibe schnell den Vertrag. Die meisten wissen gar nicht, dass die Verträge für den Einkauf von gemeinsam beschafften Schutzkleidungen, Beatmungsgeräten und Schutzmasten, dass das von den Mitgliedstaaten unterschrieben werden muss. Dass die Mitgliedstaaten hier also selbst aktiv werden müssen, nachdem die Kommission sehr aufgefordert hat. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht Zeit verlieren, damit zu sagen, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen. Jeder sollte überlegen, wie können wir es gemeinsam schneller und besser machen, denn es stehen Menschenleben auf dem Spiel. Wie stark ist die EU für Gemeinschaftung von Schulden aller EU27 oder der Euro-Staaten? Angela Merkel ist dafür, Sebastian Kurz dagegen. Also ich glaube, der oder die Fragestellung vereinfacht das ein bisschen. Erstens geht es in der jetzigen Situation in der Corona-Pandemie nicht um die Vergemeinschaftung von Schulden, sondern es geht darum, wie stemmen wir gemeinsam als 27 europäische Staaten die Kosten dieser einzigartigen Jahrhundert-Pandemie? Wie schaffen wir das gemeinsam? Denn wenn wir das nicht gemeinsam machen, wird Europa maßgeblich geschwächt, wirtschaftlich und politisch geschwächt aus dieser Corona-Pandemie herauskommen. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe und ich bin sicher, wenn sich da die Staats- und Regierungschefs zwei, drei Tage ausführlich miteinander unterhalten, das tun sie ja zurzeit. Dreimal haben sie schon eine Videokonferenz durchgeführt. Jedes Mal nähert sich das etwas an. Dann werden sich auch Angela Merkel und Sebastian Kurz sehr gut in dieser Frage verstehen. Mir ist es wichtiger, dass sie sich mit Ursula von der Leyen verstehen. Das ist nämlich die Chefin der Kommission und die muss den Kompromiss hier ausarbeiten. Im Hinblick der Schulden wird Griechenland und Italien hier unter Anführungszeichen rausfliegen müssen und sogar dann wieder eine eigene Währung bekommen? Das ist jetzt eine völlig verfehlte Debatte. Wir sind nicht in einer Währungskriege, in einer Wirtschaftskrise, wo einzelne Mitgliedstaaten destabil geworden sind, sondern wir sind in einer Gesundheitspandemie, die jeden Staat auf der gesamten Welt betrifft und betreffen kann. Und deshalb sollten wir jetzt nicht diese alten Debatten machen, sondern feststellen, dass das wichtigste Pfund, das wir in Europa haben, zum einen unsere gemeinsame Währung ist, die stabil und verlässlich in Europa für Wohlstand gesorgt hat und zweitens unser gemeinsamer Binnenmarkt, der nämlich dafür sorgt, dass wir gemeinsam wirtschaftlich erstark aus dieser Situation herauskommen. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, eine alte Eurodebatte anzufangen. Jetzt ist die Zeit, die Gesundheitsgefahr für alle Europäerinnen und Europäer gemeinsam in den Griff zu bekommen. Eine Bürgerin oder ein Bürger fragt, wird es zur Budgetsanierung notwendig sein, die Pensionen, also die Renten um circa 10 bis 20 Prozent zu kürzen, je nach Pensionshöhe? Da sehe ich keinerlei Anweis dafür. Ich weiß nicht, woher diese Debatte kommt. Augenblicklich geht es darum, dass wir in Europa durch diese Corona-Pandemie dadurch kommen, dass wir alle Mittel mobilisieren. Finanzielle Mittel, wirtschaftliche Mittel, Sachmittel, damit das Lebensniveau unserer Bürgerinnen und Bürger so stark bleibt, wie das heute der Fall ist. Und deshalb haben Pensionen nichts mit dieser Krise zu tun. Das ist eine Krise, die wir in der Wirtschaftskrise, in der Finanzkrise gehabt haben, wo in einigen Mitgliedstaaten wirtschaftliche und finanzielle Fehler gemacht wurden, andere dafür solidarisch sein mussten. Das ist aber jetzt nicht der Fall. Jetzt sind alle Mitgliedstaaten gleichermaßen von dieser Corona-Pandemie betroffen, auch wirtschaftlich betroffen. Es ist also, wie die Fachleute sagen, ein symmetrischer Schock, kein asymmetrischer Schock. Und deshalb müssen wir jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, auch um unsere Pensionisten zu bewahren und ihren Lebenszustand zu bewahren. Warum reagiert die Europäische Kommission auch jetzt wieder nur sehr schaumgebremst auf die ungeheuerlichen und demokratiezerstörenden Maßnahmen Viktor Orbans in Ungarn? Wie will die EU jemals wieder glaubhaft europäische Werte vertreten, wenn Ungarn und Polen die elementarsten Grundlagen dieser Werte seit vielen Jahren ungestraft mit Füßen treten dürfen? Der Fragesteller weiß offenbar nicht, dass es die Europäische Kommission und das Europäische Parlament sind, die gegen Polen und Ungarn das sogenannte Artikel-7-Verfahren eingeleitet haben, und zwar nicht erst jetzt, sondern vor einiger Zeit, die gegen Polen und Ungarn mehrfach zum Europäischen Gerichtshof und zwar auch erfolgreich gegangen sind, um Missstände im Rechtsstaat zu beseitigen und das auch erfolgreich getan haben. Was uns fehlt, ist die starke Unterstützung aller Mitgliedstaaten. Und wenn der betreffende Fragesteller ein Österreicher ist oder jemand, der in Österreich lebt und wählt, dann würde ich ihn bitten, sich an die österreichische Regierung zu wenden, denn wir vermissen doch etwas die Unterstützung der österreichischen Regierung als starker Verfechter des Rechtsstaates. Das steht zwar im Koalitionsabkommen der neuen österreichischen Regierung drin, da haben wir uns darüber gefreut, wir sehen es aber noch nicht im Alltag. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament werden mit unserem Eintreten für den Rechtsstaat in allen Mitgliedstaaten hier von vielen Mitgliedstaaten sehr alleingelassen. Und deshalb zeigt sich immer wieder, Europa ist nur so stark, wie alle Mitgliedstaaten das machen, aber in der Rechtsstaatfrage ist die Kommission die falsche Adresse. Die richtige Adresse sind die nationalen Hauptstädte, die die Europäische Kommission hier nicht nachdrücklich unterstützen. Martin Sellmeier, wie sehr glauben Sie, wird die EU in ihren Nachbarregionen nach dem Vorbeigehen dieser Krise noch an jenen Schritten gemessen werden, die sie während dieser Krise dort unternahmen? Besonders vor dem Hintergrund, dass es sich hier fallweise um potenzielle Beitrittskandidaten handelt, wie eben Serbien oder auch Albanien und Nordmazedonien, mit denen noch in diesem Jahr die offiziellen Gespräche begonnen werden sollten. Also ich glaube, wenn wir diese Krise uns im Nachhinein anschauen werden, noch ist es etwas zu früh, um eine Gesamtschau zu machen, dann wird man schon feststellen, dass Europa hier in dieser einzigartigen Jahrhunderte-Pandemie versucht hat, etwas zu tun, was wir eigentlich alle tun sollten. Nämlich auf der einen Seite die öffentliche Gesundheit zu schützen, Menschenleben zu bewahren und das haben alle Regierungen, alle regionalen Verantwortlichen soweit das in ihrer Macht stand, getan, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin da fest von überzeugt. Und auf der anderen Seite aber auch dafür zu sorgen, dass nur die Einschränkungen vorgenommen werden, die in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat akzeptabel sind. Wir sind in Europa nicht in einem Machtgefüge, wo eine Person in einer Hauptstadt sagt, jetzt wird das gesamte Land abgestellt und alle müssen zwangsweise zu Hause bleiben und werden auch noch überwacht elektronisch. Das haben wir Gott sei Dank in Europa nicht. Wir haben weitgehende Einschränkungen, aber wir sind diesen Schritt in andere Kontinente gegangen, sind nicht gegangen. Wir sind auch nicht den Schritt gegangen, den ein anderer Kontinent gegangen ist, der nämlich völlig geleugnet hat, wo an der obersten Spitze, dass überhaupt Corona eine Gefahr ist und wo jetzt Hunderttausend von Menschen infiziert ist und Tausende von Menschen sterben. Das neue Epizentrum der Corona-Krise sind die USA. Ich glaube, wir können ganz froh sein in dieser Corona-Krise, auch wenn nicht alles perfekt ist in Europa, dass wir auf diesem Kontinent leben. Denn einiges ist hier doch ganz richtig gemacht worden und wir werden das in den kommenden Wochen und Monaten noch sehen. Hier schreibt eine Bürgerin oder ein Bürger, wieder erleben wir in den nationalstaatlichen Öffentlichkeiten das gewohnte EU-Bashing. Dabei wird wieder einmal deutlich, dass die Führung der EU zum solidarischen Schutz der Bürgerinnen und Bürger Europas gar nicht fähig ist. Ihr fehlen sowohl eine demokratisch legitimierte Organisation als auch die Instrumente, um mehr zu tun, als in der Krise, wie schon bisher, den Geldhahn aufzudrehen. Und das auch nur mit fragwürdigen Konstruktionen. Welche Möglichkeiten sehen Sie noch vor der nächsten EU-Wahl 2024, die für eine wirkliche wirkungskräftige Demokratie nötigen Voraussetzungen zu schaffen? Also wir haben sehr wohl Demokratie in Europa und zwar 27 Mal in den Mitgliedstaaten und dann 28 Mal auf der Ebene des Europäischen Parlaments. Das ist manchmal etwas komplizierter und auch in Krisenzeiten natürlich nicht sofort als schlagkräftige Organisation sichtbar, aber es funktioniert besser als viele behaupten. Zum Beispiel wurde durch eine Sondersitzung des Europäischen Parlaments, das gab es zum ersten Mal in der Geschichte, sofort alle Mittel aus dem EU-Haushalt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie freigemacht. Ja, das ist Geld, das scheint dem Fragesteller nicht so gut zu gefallen, aber das ist das Instrument, was man Europa gemeinsam gegeben hat. Einige beschweren sich jetzt darüber und vielleicht klingt das in der Frage an, dass Europa hier nicht aus Brüssel zentral entscheidet, wo werden Bundesgärten geschlossen, wo werden Schulen geschlossen. Das ist aber, glaube ich, nicht der richtige Weg in dieser Zeit. Das muss lokal und regional verantwortet werden. Europa kann hier zusätzlich etwas tun. Europa kann versuchen, Kooperation über die Grenzen zu organisieren, die Grenzen für den Wahn und wo erforderlich auch für den Personenverkehr in diesen Zeiten freizuhalten. Europa kann sich aber und darf sich auch nicht an die Stelle der demokratisch gewählten Nationalstaaten setzen. Wer Europa so versteht, dass es die Nationalstaaten abschaffen wird, der wird nie zufrieden sein mit Europa. Genauso wenig wie derjenige, der glaubt, dass der Nationalstaat ohne Europa auskommt. Wir brauchen beides. Das ist etwas komplizierter und gerade in Krisenzeiten sieht man, dass föderal dezentrale Gebilde etwas schwerfälliger sind, aber dafür bewahren sie die individuelle Freiheit des Einzelnen stärker und sind auch langfristig besser in der Lage, für den Bürger schützend und gleichzeitig freiheitsschützend tätig zu sein. Ist Emmanuel Macrons Initiative zu einer echten Verfassung für Europa der richtige Weg und hat der bis zu den nächsten Wahlen eine Chance? Oder wird es wenigstens teilweise transnationale Wahllisten der einzelnen Fraktionen im Europäischen Parlament mit direkter EU-weiter Wahl und Stimmen Auszählung geben? Also ich freue mich, dass trotz Corona-Pandemie es noch diese föderalistischen Bestrebungen unter Ihren Zuhörern und Zuschauern gibt, Herr Weingartner. Ich glaube aber, zum jetzigen Zeitpunkt ist das sehr, sehr weit weg. Wir müssen jetzt erstmal aus einer existenziellen Gefahr für das Mensch, für die Menschen herauskommen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Menschenleben in Norditalien, in Spanien, in Frankreich und anderswo gerettet werden und deshalb ist diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige. Wir werden sie aber wieder führen müssen und ich hoffe, dass wir, wenn wir aus dieser Corona-Pandemie heraus sind, denn wir werden eines Tages wieder in einer normalen Situation sein, dass wir dann überlegen können. Welche Lehren ziehen wir daraus? Wie machen wir Europa stärker, effizienter und sichtbarer? Eine Verfassung haben wir schon, denn Europa funktioniert zurzeit in seiner Verfassung, die alle Mitgliedstaaten ihm gegeben haben. Aber es gibt keine Verfassung auf der Welt, die nicht noch weiterentwickelt werden kann. Das gilt auch für die europäische Verfassung. Herr Sellmeier, besteht im Zuge der Corona-Krise die Gefahr, dass der European Green Deal auf die lange Bank geschoben wird bzw. jetzt das Geld anders verwendet wird? Das glaube ich nicht, denn hinter dem European Green Deal steht ja nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch das Europäische Parlament und alle Mitgliedstaaten, die sich dazu noch im Dezember bekannt haben. Der Europäische Green Deal verliert auch nicht an seiner Dringlichkeit. Im Gegenteil, wir merken doch gerade, wie menschengemachte Krisen genauso schlimm sein können wie Naturkatastrophen. Und deshalb müssen wir gemeinsam zusammenwirken, um auch den Klimawandel zu bekämpfen und die Welt, nicht nur Europa, vor einer viel, viel schlimmeren Krise in einigen Jahrzehnten zu bewahren. Wir müssen hier zusammenarbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Corona-Pandemie einen positiven Nebeneffekt, denn sie führt dazu, dass die Emissionen in der ganzen Welt deutlich heruntergegangen sind. Also etwas Atempause augenblicklich für das Klima. Das sollte uns nach der Corona-Pandemie dazu bewegen, zu überlegen, welche Dienstreise müssen wir wirklich mit dem Flugzeug antreten. Wir sehen ja zurzeit, es geht nicht immer, aber doch auch etwas anders. Welches persönliche Treffen können wir das Auto stehen lassen und stattdessen eine Konferenz über Video durchführen. Insofern, wenn wir das richtig nutzen, kann diese Corona-Pandemie sogar einen guten Beitrag zum Weltklima leisten und zu unseren gemeinsamen Bemühungen, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent vor 2050 zu machen. Herr Sellmeier, sind die nationalstaatlichen Maßnahmen zum schrittweise Hochfahren der Wirtschaft in Österreich mit den europäischen Partnern abgesprochen? Also die Europäische Kommission arbeitet im Auftrag aller Mitgliedstaaten darauf hin, dass es hier weitmöglichste Koordination gibt. Das ist auch sehr notwendig, denn es wäre doch absurd, wenn auf der einen Seite der Grenze in Passau etwa schon wieder die Biergärten offen wären und auf der anderen Seite man in Österreich noch in Quarantäne wäre. Wir sind doch eng verbunden miteinander, Europa. Wir arbeiten grenzüberschreitend zusammen, wir wirtschaften gemeinsam zusammen, wir haben ein soziales Leben über die Grenzen hinweg und deshalb müssen wir schrittweise gemeinsam herauskommen. Jeder kann ein bisschen das Tempo variieren. Das ist, glaube ich, richtig, dass man lokal angepasste Lösungen macht. Aber wenn jeder was völlig anderes macht, wenn jeder gegeneinander aber nicht zusammenarbeitet, dann wird die Corona-Pandemie in Europa nicht verschwinden. Es darf nicht sein, dass in München schon das Oktoberfest gefeiert wird, während in Salzburg man auch nicht mal mehr ins Kaffeehaus gehen darf und umgekehrt wäre das auch falsch. Sehen Sie für die Zukunft eine Chance, dass es eine gemeinsame Politik gegen eine Pandemie gibt, die für die ganze EU gelten wird? Was müsste dazu zum Beispiel auch im Vertraglichen geändert werden? Wir sehen in diesen Tagen, dass Pandemien keine Grenzen und keine Nationalitäten kennen. Und das gilt nicht nur für Europa, sondern das gilt für die gesamte Welt. Deshalb würde ich mir an erster Stelle wünschen, dass wir Europäer gemeinsam die Weltgesundheitsorganisation stärken. Eine UN-Sonderorganisation, die extrem schwach finanziert ist. Und wir wundern uns manchmal, dass diese Organisation nicht so schlagkräftig und effizient uns vor Pandemien warnen kann, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Aber das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt, dass wir in Europa unsere Krisenreaktionsfähigkeit stärken. Das heißt, in dem Moment, wo die Europäische Kommission am 9. Januar sagt, hier ist eine Gefahr, hier ist der Frühwarnmechanismus ausgelöst, findet dreimal pro Woche eine Sitzung der Gesundheitsminister statt, werden alle Krisenstäbe in Europa mobilisiert und fängt man an, gemeinsam Impfstoffe, Schutzkleidung und Schutzmasten einzukaufen. Wenn wir das alle gemeinsam schon am 9. Januar getan hätten, wären wir heute auch in Italien, auch in Spanien besser aufgestellt. Darauf hat sich aber niemand vorbereitet und deshalb müssen wir in Zukunft das gemeinsam besser machen. Da ist jeder Mitgliedstaat, jede nationale Behörde gefordert, das in Zukunft besser zu machen. Herr Sellmeier, plant man eine Art strategische Reserve an medizinischer Ausrüstung für sämtliche EU-Staaten anzulegen, ähnlich der USA, die im Katastrophenfall abgerufen werden kann? Also ich hoffe, wir machen das deutlich besser als die USA, weil wir sehen in diesen Tagen, dass die USA nicht einmal die Hälfte der Schutzkleidung, Masken und Beatmungsgeräte hat, wie wir das in Europa haben, dass sie ein sehr viel schwächeres Sozial- und Gesundheitssystem haben. Also die USA sind in dieser Frage mit ihren 50 völlig unkoordiniert nebeneinander arbeitenden Einzelstaaten sicherlich kein Vorbild Europa. Sie zeigen, wie es funktioniert, wenn wir eben keine grenzüberschreitende Koordination auch in einem Bundesstaat haben. Ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft gemeinsam regelmäßig darüber sprechen, welche Gesundheitsgefahren bestehen, dass wir sie gemeinsam einschätzen, auch unterschiedliche Auffassungen hierbei zu Worte kommen lassen, dann gemeinsam die beste Lösung ausarbeiten. Es hilft nichts, wenn wir jetzt Impfstoffe für ein Virus kaufen, der vielleicht in drei Jahren wieder ein ganz anderes. Wir müssen aber, wenn eine solche Gesundheitsgefahr entsteht, schnell handeln können. Und da reicht es nicht nur, wenn unser europäisches Krisenzentrum bei Stockholm oder die europäischen Gesundheitsexperten in der Kommission diese Gefahr erkennen. Hier müssen wir alle gemeinsam dann sagen, jetzt ist der Moment gekommen und nicht danach mit dem Finger aufeinander zeigen, ich habe es aber früher gewusst und du hast es später gewusst. Nein, es nützt uns nichts, wenn einer früher und andere später es gewusst haben, wir müssen alle gemeinsam rechtzeitig handeln. Und Gott sei Dank ist nach einigem Zögern in Europa das mittlerweile auch gelungen. Herr Selmayr, angenommen, wir blicken in zehn Jahren zurück auf heute. Durch welche Maßnahmen hat es die EU ab 2020 geschafft, dass alle Mitgliedstaaten die Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 trotz oder wegen der Corona-Krise erreicht haben? Also ein wichtiges Ziel der Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Vereinten Nationen, die die Europäische Union immer vorangetrieben hat, wir waren ja Pionier in dieser Frage, war eine nachhaltige Gesundheitsversorgung. Wir sehen in diesen Tagen, wie wichtig es ist, dass wir in Europa das schrittweise aufgebaut haben. Es wurde ja oft kritisiert, dass unser Gesundheitssystem zu teuer ist, dass wir zu viele Krankenhausbetten hätten. Das haben viele internationale Besserwisser immer wieder gesagt. Wir sind nun froh, dass wir das in Europa besser gemacht haben. Wir müssen jetzt aber dafür sorgen, dass sich das in der gesamten Welt durchsitzt. Die USA haben Anfang der 90er Jahre die Mittel der Weltgesundheitsorganisation drastisch gekürzt und dafür gesorgt, dass die Weltgesundheitsorganisation nur zu 20 Prozent heute noch aus Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wird. Das ist sicher nicht richtig. Das muss eine Organisation sein, in der wir alle stehen. Eine Corona-Pandemie zeigt das sehr drastisch. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir als Europäer gemeinsam beschließen, jetzt die Mittel für die Weltgesundheitsorganisationen aufzustocken, sie operativ stärker in die Lage zu setzen, unabhängig auch gegenüber starken Klienten wie China aufzutreten und früher aktiv zu werden. Und das wäre ein wichtiger Beitrag zu dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung, was die Gesundheit angeht. Und zum Zweiten dürfen wir die Ziele, die die Umwelt, das Klima angehen, jetzt nicht hinten anstehen, sondern sie genauso mit der Nachhaltigkeit, dem Nachdruck vorantreiben, wie Ursula von der Leyen das bereits vor der Corona-Pandemie angekündigt hat. Wir haben keinen Tag zu verlieren, jetzt auch die Klimakrise anzugehen. Und die Europäische Kommission arbeitet weiterhin Tag und Nacht an dieser Herausforderung. Herr Sellmeyer, besteht nicht die Gefahr, dass einige Mitgliedstaaten nicht nur die Grenzen nicht wieder zu öffnen, sondern einen diktatorischen Weg gehen. Die politische Union hat meines Erachtens nicht nur völlig versagt, sondern es macht den Eindruck, dass die politische Union um 20 Jahre zurückgeworfen wurde. Jedes Land backt seine eigenen Brötchen. Weltweit ist das so, dass in Gesundheitskrisen jeder zunächst mal in seiner kleinen Region, seinem kleinen Nationalstaat zuerst an sich denkt, sogar in seiner Familie, und das ist auch menschlich völlig verständlich. Jetzt geht es aber darum, dass das kein Dauerzustand wird. Und deshalb begrüße ich es, dass alle Mitgliedstaaten im Europäischen Rat beschlossen haben, aus diesen Maßnahmen wieder auszusteigen, dass alle Mitgliedstaaten die Grenzkontrollen, das sind ja keine Grenzschließungen, Herr Weingärter, das sind Grenzkontrollen, dass die schrittweise aufgehoben werden und dass wir schrittweise wieder zu dem zurückkommen, von dem wir alle in Europa leben, unserem gemeinsamen Binnenmarkt, in dem der freie Waren-, Dienstleistungs- und Arbeitnehmerverkehr garantiert ist. Das heißt, wenn wir jetzt alle das Richtige tun, wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, dann wird die jetzige Situation eine Sondersituation bleiben, die erforderlich war, um eine grenzüberschreitende Gesundheitsgefahr zu bekämpfen. Aber das beste Mittel, um dauerhaft wieder stärker zu werden, ist danach wieder über die Grenzen hinweg, sich die Hand zu reichen. Herr Sellmeier, was passiert jetzt mit Ungarn? Wie lange will sich das die EU noch ansehen? Es ist dringend an der Zeit, dass gegen Ungarn jetzt etwas unternommen wird. Die Europäische Union, wer ist die Europäische Union, möchte ich dem Fragesteller zurückgeben. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben gegen Ungarn Verfahren eingeleitet, um die Defizite in der Rechtsstaatlichkeit dort nicht nur zu kritisieren, sondern auf die Tagesordnung aller Mitgliedstaaten zu bringen. Und dort liegt es jetzt. Jetzt ist es die Aufgabe aller Mitgliedstaaten, auf Ungarn einzuwirken und Ungarn daran zu erinnern, dass die Europäische Union kein Selbstbedienungsdaten ist, dass die Europäische Union keine Organisation ist, in der man die Vorteile eines Binnenmarktes hat und der europäischen Strukturfonds aber die europäischen Werte missachten kann. Darauf müssen wir uns wieder besinnen. Und deshalb ist das Jahr 2020 das richtige Jahr dafür. Denn hier müssen wir trotz Corona-Pandemie für die nächsten sieben Jahre einen gemeinsamen Haushalt aufstellen. Gerade wegen der Corona-Pandemie ist das jetzt noch wichtiger. Und ein gemeinsamer Haushalt, finanzielle Solidarität kann es nur geben, wenn wir jetzt auch auf der Basis und der Grundbausteine unserer europäischen Grundwerte tun. Dazu gehört der Rechtsstaat, dazu gehört die Demokratie. Und was ich mir wünschen würde, dass alle Mitgliedstaaten die Europäische Kommission und das Europäische Parlament hier stärker unterstützen. Die EU-Institutionen kämpfen ja manchmal zu sehr allein auf weiter Front. Und deshalb sollten Bürger aus Mitgliedstaaten, die die Kommission da nicht nachdrücklich unterstützen, ihre Kritik an ihre Hauptstadt richten und nicht an die europäischen Institutionen, die ihre Arbeit machen. Eine pointierte Frage, sehr auf den Punkt gebracht. Kann die EZB unendlich viel Geld tocken? Ja, denn die Europäische Zentralbank ist eine echte Zentralbank. Sie hat dieselben Fähigkeiten heute wie die amerikanische Zentralbank. Und deshalb gibt es keine Grenzen für die Unterstützungsmöglichkeiten der Europäischen Zentralbank. Dauerhaft ist das natürlich nicht gesund. Das kann nur eine Lösung in einer Krisensituation sein, wie wir sie jetzt haben. Wir sollten dankbar sein, dass wir eine starke Europäische Zentralbank haben, die hier helfen kann. Wir sollten uns aber auch nicht darauf dauerhaft verlassen. Jetzt sind auch gleichzeitig die Mitgliedstaaten gefragt, alle Finanzminister die Tätigkeit der Europäischen Zentralbank zu ergänzen und auch gemeinsam eine starke fiskalische Antwort zu geben. Herr Sellmeier, was hat die EU in den nächsten Jahren gegen die bevorstehende Massenarbeitslosigkeit geplant? Also erstmal haben wir in Europa eine völlig andere Situation als in anderen Kontinenten. Wir haben ein starkes Sozialsystem. Wir haben einen starken Arbeitsmarkt, der nach der Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich stabilisiert worden ist und die Arbeitslosigkeit deshalb auf historische Niedrigstände im europäischen Durchschnitt reduziert worden ist. Wir leben also auf einem relativ stabilen Kontinent und auch die jetzige Corona-Pandemie wird in allen europäischen Staaten, auch in den etwas Schwächeren, deutlich besser abgefangen, als das in anderen Kontinenten der Fall ist, weil wir nämlich eine europäische, wir haben europäische Arbeitslosenversicherung, europäische gemeinsame Mittel. Und die Europäische Kommission hat gerade letzte Woche vorgeschlagen, die Initiative von Ursula von der Leyen auf den Tisch zu legen, nämlich SURE, eine Unterstützung für die Arbeitslosenversicherung der ärmeren und schwächeren Mitgliedstaaten. Das ist europäische Solidarität in Reinform. Jeder Arbeitsplatz, der jetzt durch diese Corona-Pandemie gefährdet wird, soll gerettet werden. Und das wird nur dann gelingen, wenn wir das gemeinsam tun, während gleichzeitig in den USA bereits nach einer Woche 3,3 Millionen Menschen zusätzlich arbeitslos geworden sind. Wie weit sehen Sie die EU von einer Reform entfernt, die ihr im Falle einer erneuten Pandemie die erforderlichen Rechte einräumt, um eine einheitliche, also sämtliche Mitgliedstaaten einbeziehende Lösung zu präsentieren und nationalstaatliche Alleingänge zu vermeiden? Ich glaube, zunächst mal auf Gesundheitsgefahren muss man eine Weile miteinander diskutieren, bis man die richtige Antwort darauf hat. In Europa ist hier Verschiedenes probiert worden, bis wir jetzt gemeinsam eine richtige Lösung haben, den sozialen Kontakt zu reduzieren, öffentliche Veranstaltungen abzusagen, das öffentliche Leben runterzufahren, damit wir es auch dann relativ schnell wieder rauf fahren können. Was wir wirtschaftlich gemeinsam tun können, das ist, glaube ich, auch klar. Wir müssen hier in dieser Zeit noch mehr solidarisch zusammenstehen, weil es ein symmetrischer Schock ist, der alle Mitgliedstaaten gleichermaßen trifft. Kein Mitgliedstaat hat die augenliche wirtschaftliche Notlage, die durch die Corona-Pandemie entstanden ist, selbst verschuldet, sondern hier sitzen wir alle gemeinsam im selben Boot. Reformen, da stelle ich mir weniger institutionelle Reformen vor, sondern Reformen in der Grundhaltung. Wir müssen in Europa lernen, dass wir gemeinsam im selben Boot sitzen, dass wir gemeinsam gegen Gefahren stärker sind, und deshalb würde ich mir wünschen, dass in Zukunft ein Mitgliedstaat, der Angst hat, dass nicht genug medizinisches Gerät vorhanden ist, nicht den Export in seine Nachbarstaaten verbietet, sondern gemeinsam überlegt, wie können wir gemeinsam so schnell wie möglich so viel medizinisches Gerät und Schutzkleidung besorgen, dass alle davon genug haben. Der Reflex, jeder rette sich zuerst, ist zwar verständlich, ist aber nicht der europäischen Bürger, Bürgerinnen und Politiker würdig, und das müssen wir lernen, da können wir aber nicht Regeln dazu erlassen, sondern es ist eine Grundeinstellung. Solidarität lässt sich nicht in Brüssel bestellen, die muss jeder in die Europäische Union mitbringen. Uns hat eine Frage erreicht im Hinblick auf das Institutionelle, nämlich wird die EU einen Rat zum Thema Europäisches Gesundheitssystem begründen? Vielleicht ist damit gemeint, dass man auch auf Ratsebene eine Arbeitsgruppe vielleicht im Hinblick auf das Gesundheitssystem einrichten könnte. Also was wir jetzt nicht brauchen, sind mehr Arbeitsgruppen, sondern mehr operative Entscheidungsfähigkeit. Es gibt einen Rat der Gesundheitsminister, der regelmäßig tagt, der auch am 28. Februar beispielsweise getagt hat und da zum ersten Mal über die Vorschläge der Kommission über eine gemeinsame Beschaffung von Schutzkleidung und medizinischem Gerät und Beatmungsgeräten diskutiert hat. Wir haben europäische Gesundheitsexperten, die beim Europäischen Zentrum für Krisenbekämpfung und Krankheitsprävention in Stockholm zusammenarbeiten. Da sitzen auch Vertreter jeder Mitgliedstaaten zusammen. Was wir brauchen ist, dass der Krisenstab der Europäischen Union, der bei der Kommission angesiedelt ist, mit operativen Kompetenzen in Krisensituationen ausgestattet wird und dass die Mitgliedstaaten auch mit ihm zusammenarbeiten. Die Europäische Kommission hat diesen Krisenstab am 2. März eingerichtet. Erst am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausgerufen. Das, was dieser Krisenstab in dieser Zeit ins Internet an alle Hauptstädte geschickt hat, ist weitgehend unbeachtet geblieben. Ich würde mir wünschen in Zukunft, dass wenn die Europäische Kommission einen Krisenstab einrichtet, alle Mitgliedstaaten das ebenso tun und dann gemeinsam mit dem täglich zusammenarbeiten, dann werden wir in Zukunft eine solche Pandemie schneller und besser bekämpfen können, als es jetzt in den Anfangswochen der Fall war. Eine Bürgerin oder ein Bürger befürchtet, dass in Europa die Rechtspopulisten und die Spaltpilze jetzt wieder total Auftrieb erhalten. Was gibt es von Seiten der Europäischen Kommission an Bemühungen, das zu unterbinden? Also ich sehe diese Bewegung überhaupt nicht. Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt, dass alle demokratisch gewählten Regierungschefs, egal ob sie von rechts, von links sind, alle gestärkt werden und die populistischen Kräfte sich noch an den sozialen Medien tumpfen, aber eigentlich überhaupt gar nicht mehr in der Öffentlichkeit vorkommen und auch in Zustimmung verlieren. Eine Gesundheitskrise ist die Stunde der Exekutive und zurzeit natürlich der nationalen Exekutive. Deshalb profitieren überall diejenigen, die demokratisch gewählt sind. In Österreich Sebastian Kurz, Werner Kogler, Herr Anschober und Herr Nehammer. In Berlin ist das Angela Merkel der Fall, die viele schon gesagt haben, die wird einen Tag später abgesägt werden. Jetzt ist sie wieder bei 34 Prozent der Zustimmung. In den USA profitiert sogar Donald Trump, obwohl er sichtbar starke Fehler in dieser Krise, in ihrer Einschätzung am Anfang gemacht hat. Sehr viel mehr, als wir das in Europa getan haben. Also insofern ist das zurzeit nicht die Stunde der Extremisten und Populisten und die Stunde der Exekutive, egal aus welcher Seite des politischen Spektrums sie kommen. Und für die meisten unserer europäischen Mitgliedstaaten ist das eine gute Nachricht für die Demokratie. Wichtig ist, dass wir dabei nicht vergessen, dass Exekutiven von Parlamenten kontrolliert werden und dass Exekutiven über die Grenzen hinweg europäisch koordiniert und zusammenarbeiten müssen. Das hat in den ersten Tagen dieser Pandemie gefehlt in Europa. Das hat sich jetzt verstärkt durchgesetzt und wir müssen daran weiterarbeiten. Denn eine nationale Exekutive alleine kann ohne Parlament und ohne europäische Zusammenarbeit eine solche grenzüberschreitende Pandemie nicht bewältigen. bis zum nächsten Mal. Beidee an zu einem Thema Untertitelung. BR 2018